Hallöchen und Herzlich Willkommen auf meinem Kanalzeiter hier. Heute habe ich die zwei Karten, die zwei Stapel, wo zehn Karten drin sind, habe ich ausgepackt. Und fangen wir gleich mit den Ninja-Bos an. Techno Kai Samurai X Lloyd Großer Schlangenmeister Elektromesh Titanenbrache Kai Die Nummer eins Jason Minterbrache doppelt Kai ZDX doppelt Und noch Kai doppelt Ja, das waren kurz mal die Ninja-Karten. Jetzt kommen wir zu den Fußball-Karten. Fangen wir von vorne an. Und zwar Marco Roos, dann Ermin Bicaxis, wie man den ausspricht, Ralf Wachmann, Daniel Kreilach, Antonio Jung. Dennis Dijkmeier, auch ein Torwart, und zwar Michael Lanker-Frag. Und noch eine Glitzer. Dann, oder, yes, F, 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 V, F, L, Wolfsburg. Coole Karten finde ich jetzt. Dann, Joseph Drexmi, oder Drexmi. Dann, Daoklas Daoklas Kat Costa Na, na, FC Bayern München-Karte. Ja, das waren meine Karten, die ich heute ausgepackt habe. Und tschüss.